Jetzt geht's, das Elfmeterschießen beginnt. Glanzparade, Magnon. Unglaublich, kein Tor. Alisson ist da, Alisson macht zu, den haben viele hier schon drin gesiegt. Er macht ihn rein. Jetzt ist es wichtig, sich nur auf diesen Elfmeter zu konzentrieren. Wenn der Keeper sich bewegt, ist er drin. Mit Vollgas in die Mitte. Oh ja, herrlich gemacht. Er bereitet sich auf seinen Elfmeter vor. Das ist mal ein Elfmeterschütze. So musst du einen Elfmeter schießen. Drin ist er. Jetzt also Elfmeter. Immer auch eine Nervensache. Boah, wie Alisson den noch gehalten hat. Das war eine Riesenparade. Was für eine Reaktion. Das ist die Entscheidung. Super verwandelt. Wichtig, dass man so sichere Schützen in seinen Reihen hat. Wichtig, dass man so sichere Schützen in seinen Reihen hat. Schon überraschend, der Treffer. Bisher waren sie ja noch nicht so gut drin in dieser Partie. Aber da müssen sie jetzt dranbleiben, sich weitere Chancen erspielen, dann kann das noch was werden.